Das kann doch nicht sein. Kröte. Ein Baum mit Nagel. Ja, wir sitzen hier immer noch auf der Bühne fest. Damit wir kommen zurück zu The Might of the World. Mensch, ich bin ein schlechter Freund, wenn ich dir meine Art nicht schenke? Hm. Die Kröte atmet ganz schön schwer. Kein Wunder. Sie ist ja ganz zugekleistert mit hässlichen Postern. Ich werde versuchen, die Zettel abzureißen. Gibt's mal warme vor. Aha. Du hast uns alle ins Unglück gegessen. Gar nicht wahr. Das war nicht Jerry, das war Zwerer. Nein, das war ganz anders. Das sind ja riesige Kastanien. Und auch noch ein Styropor. Hm. Die passen bestimmt genau in die Nasenlöcher der Kröte. Ah. Dann weiß ich jetzt, wie es geht. Hallo? Kröte darf jetzt nur nicht sehen. Ja, bitte. Einmal ran. So, jetzt schnell. Zur Kröte. Oh, oh. Die Kastanien sind hier ganz schön tief in die Nasenlöcher gerutscht. Nimm deine Hände von mir. Mensch. Ich... ... war... ... Mein Geist... ... klärt sich. Ich war... ... bereit, dich zu zerquetschen. ... auf den Kopf. Doch der Bann, der meinen Geist verwirrte, ist nun gebrochen. Ich... ... dein... ... Strom der Zeit. Oh, und der Teppich ist auch weg. Und jetzt sind die Puste auch weg, okay. Ja, gut ihr mal, wie ihr wollt. Gut, ihr mal ruhig. Ist euch das nicht gut genug? Jerry, lass dich nicht fertig machen. Hier, Plato. So. ... ... Jetzt waren wir drei in dem dunklen Tunnel. Und dann... ... 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 Hei... ... ... Was ist der? Wo ist Plato geblieben? Plato, der tollpatschige Kröterich, ist leider kürzlich mit seinem Fahrrad verbrannt. Ach ja, er brach sich alle Froschwinkel an einer Eiche. Als er einen nutzlosen Brief einen gewissen Jerry Haseln ausgefunden musste. Der grimmige Mann in grün. Nice! Ähm... Ähm... Jerry war sofort fest entschlossen, eben dies zu tun. Ende... Das werde ich nicht tun. Aber Colt ist die stabilste Wertanlage, die es gibt. Schwachsinn! Was ist besser für alle? Ein Kleeblatt im Gras. Hey, ein vierbläckiges Kleeblatt! Es ist fest auf den Boden gelagert. Keine Chance, es rauszureißen. Fass mein Kleeblatt nicht an! Herr ist Peter! Ach, Herr ist Peter! Die Musik ist grausam. Irgendwie ist die zwar auch cooler. Nee, nicht cool. Die ist einfach nur grausam. Das werde ich aber Colten hau... Hehehehe. Hey! Es ist fest... Keine Chance. Fass mein Kleeblatt nicht an! Herr ist Peter! Herr ist Peter! Was haben wir hier noch? Sandsecke. Das erinnert mich an den berühmten irischen Treubuxer Konto mit Maschen. Schlaf mit zehn Bullenwannen. Er hatte auch immer Sandsecke bei sich an der Decke zum Täningen. Doch da war kein Sand drin. Ach ja? Was dann? Zwei-jährige Jungen, die er entfaltet? Wow! Hahaha! Was haben wir hier noch? Ein Rüst in der Landschaft. Komisch! Da ist ja ein Riss im Hügel. Der junge Junge fühlte, wie er langsam verrückt wurde. Die Realität selbst schien in die Brüche zu gehen. Da ist oft was dahinter. Hm. Mit den Händen kann ich das nicht weiter aufreißen. Haben wir denn was da... Wir haben einen Nagel. Okay, damit müsste es gehen. Warte, Jerry. Äh, ja? Willst du wirklich wissen, wie tief der Hasenbau reicht? Wie bitte? Du wirst ein schreckliches Geheimnis entdecken. Na gut. Bebel? Das ist alles? Jerry war zu Tode betrübt. Da sehe ich auch noch eins dritt. Das sollten wir uns vielleicht auch mal durchlesen. Im Bann des Tsarov. Zweiter Akt. Ich finde die Augen verstirrend. Jerry nimmt ohne zu zögern das Gold vom Komol an. Und beendet dafür seinen aussichtslosen Kampf. Und krass aufzulegen? Nein. Was bewirken denn die Hügel? Okay, was passiert bei mittlerer Stellung? Ups. Nein. Autsch. Der schöne Kling. Tut mir leid. Ich glaube, ich habe den Rasen kaputt gemacht. Und den Oberer? So was hätte ich von einem Schafskluckabin hier nicht erwarten. In der Tat. Niemand hatte Jerry so viel Bösartigkeit zugetraut. Aber zwei Fliegen mit einer Klappe. Hätte sein nörderischer Plan funktioniert, säße er das gesamte Gold. Und der modisch überlegene Zwinge des Kobolds wäre nur noch Geschichte. Immer schon. Zum Glück war ich auf der Huh. Okay, wir gehen jetzt wieder auf die untere Position. Ach, Quatsch. Zum Glück. Mitte und in. Au. Nein. Mein Gold. Mein Gold. Geschafft. Jetzt kann ich an den Zylinder rankommen. Zack. Jerrys mörderische Falle schnappt zu. Und er stiehlt den schöneren Zylinder des Arkes. Dann sind wir halt ein dreckiger Dien. Mein Arme ist Gold. Mein Gold. Mein. Nur wertlose Plastik-Dubble. Verdammt. Bei allen Verrotzen, Rottnasen, aller Heulen, Küssen, Batschies. Das ist doch Jerry, der junge Kleppner. Es scheint, als hättest du mich aus meinem Wahn getreut. Mein Jung, ich bin dir zu großem Dank verpflichtet. Wem muss ich in ein Schaf verwandeln, um diesen Irrsinn ein Äpfel zu setzen? Zwar auf. Nein, 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 nein. Verwandelt Zahn. Sie müssen mir helfen, den Nagel zu entfernen. Genau, du Muschelhocker. Und weg ist er. Der O'Donnell. Ja, erstmal gucken wir mal den Topf, der Gold. Vielleicht können wir ja was mit einer Plastik-Dubblesse anfangen. Ne. Schade, leider nicht. Der Baum mit Nagel. Damit haben wir den zweiten. Das Land der Vulkane, scharfen Schwerter und menschenfressenden Fuchsgeister. Was für ein schöner Ort zum Scheitern, dachte sich Jerry. Niemals. Hey! Ich bin ein Fuchs. Ich schwöre es. Kitsune! Du bist gefangen im Körper eines Menschen. Keine Maske kann das verbergen, Kitsune. Aber Menschen und Füchse können niemals Freunde sein. Oh doch. Aber wenn ein Mensch einen Fuchs akzeptiert, wie er ist, zielt das nichts? Auch wenn das wirklich so wäre, warum verwandelst du dich nicht zurück? Ich, ich hab's probiert, mich zurückzuverbandeln. Es, es klappt einfach nicht. Du magst es dir wünschen, ein Fuchs zu sein. Aber dein Herz hat sich verirrt. Ich werde deine Ohren schützen vor den Verwirrungen durch die Menschen. Bitte hilf mir. Ich werde dich vom Menschsein heilen. Oder dich als Mensch verschieben. Nein. Hehehehehehehehehehehehe. Kitsune! Kitsune! Zarrot-Fleuer. Wage. Glocke, das Skript. Toll, ein neues Skript. Im Band des Zaroff. Dritter Akt. Der kleine Jerry ließ nicht locker. Unaufhörlich ging er den Füchsen auf die Nerven. Bis sie genug von dem unreifen Jungen hatten und ihn mit Haut und Haaren verschlangen. Au. Hier fällt gerade was auf. Da fehlt ja was. Hier fehlt das vierte Auge. Genau wie beim Kobold schon. Okay, meine Glocke betätigt. Okay, Fuchsless. Fuchsless klappt. Kitsune, sie hört mich nicht. Ein Mensch und ein Fuchs. Es gibt nichts, das sie und uns verbindet. Es darf nichts geben. Und selbst wenn, wir würden ihnen doch nur das Herz brechen. Ein Biss in ihr Fleisch oder ihre Seele. Das ist das Einzige, das uns mit ihnen vereinen darf. Hm. Noch mehr von den Dingern. Ich nehm die mal ab. Ich rieche. Meine Augen mögen blind sein. Doch meine Nase täuscht mich nie. Färgwöchse sind gefährliche Tiere. Oh Mann. Die Zone klingt richtig gefährlich. Wenn wir die Glocke nehmen. Mit schwarzen Nacken, mit präumtzufahrenden Nageln. Besser nicht. Besser nicht. Ich kann nur hier mehr. Ich glaube hier. Ich glaube hier. Jetzt nicht. Da war doch gerade. Jetzt nicht. Der Schatten des Marquis. Da oben mein Kopf ist auch etwas, aber irgendwie. Können wir das ja hier nicht auswählen. Wieder ein völlig un... Ach, hör endlich auf. Meine Mama sagt immer, wer zweimal auf dieselbe Lüge hereinfällt, ist selber schuld. Der Wächter ist im Weg. Fass du den Nagel an. Beuße ich dir den Kopf ab. Versuch's da. Ich bleib besser auf Abstand. Was haben wir noch? Felsflüstern? Wart er sucht? Kuhn. Fützig. Hoffnung, Schimmer. Nichts. Nichts. Die Glocke. Lauter. 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 Wenn wir... Mal sehen, was passiert, wenn ich das Ding an die Glocke halte. Alter. Ich rieche. Meine Augen. Wir sind... Du magst... Du willst... Ich bin... Ich bin ein Fock. Du magst... Ich. Ja, ja, ja. Noch mal. Mal sehen. Oh. Und sie mit ihrer eigenen Glocke. Ich schwöre es. Du magst es dir wünscht ich. Jerry! Schnell die Zune! Lauf weg! Du gehörst zu uns. Nein! Ich werde immer ein Fuchs. Hm. Und Jerrys Thonträger zersprang. Super! Mist! Er ist zersprungen. Kitsune! Jerry! Menschen und... Aber wenn ein Mensch einen Fuchs... Du mag ich oder... Kitsune! Er wird dich für immer festhalten! Jerry, warum gehst du nicht einfach? Ich werde immer ein Fuchs bleiben. Nein, wirst du nicht. Ich weiß. Und das ist gut so. Du bist du. Du bist ein Fuchs. Ich bin... Ich bin ein Fuchs. Füchse kämpfen! Oh. Oh. Kleine Kitsune. Ich bin nur ein blinder Wächter. Doch mein Verstand... sieht wieder klar. Ich muss dir danken, Mensch. Sei ihr ein Freund. Das sind wir schon mal. Freundschaft entfernt den Nagel? Aber das glaubt doch keiner. Freundschaft entfernt den Nagel. Neu wieder. Hitler. Oh. Kandor-Tool. Ein Schneestuhl. Und Cherry, das ist doch nur ein Ventilator. Und wieder an einem der schönsten Flecken der Erde Urlaub machen zu können. Urlaub? Riss sich der Junge jauchzend die Kleider vom Leib und sprang in das eisklare Wasser. Cherry on the rocks. Cherry on the rocks, ja. Langsam kriege ich das Gefühl, sie mögen mich nicht besonders. Herr Hasen, ich muss Sie doch sehr bitten. Das Einzige, was mir am Herzen liegt, ist die Kunst. Aber du hältst dich nicht ans Buch. Ja, entschuldigen Sie bitte. Ich werde mich mehr bemühen. Das will ich doch hoffen, du nichts nutziger Amateur. Hohoho, ganz schön freundlich. Und mit mächtiger Stimme sprach er. Du hast dich tapfer geschlagen. Bist bis zum Rand des ewigen Eises vorgedrungen. Doch der Kälte kannst du nicht standhalten. Rudolf. Es ist an der Zeit, aufzugeben. Auf keinen Fall. Loszulassen. Lass dich mit mir in die kalte Dunkelheit unter dem Eis gleit. Oh nein. Das werde ich nicht. Hohoho. Hohoho. Toen.